Mein Name ist Max Kern, ich bin 30 Jahre alt, bin seit fünf Jahren bei der Firma WIGAT in der Konstruktion beschäftigt und dort für diverse Maschinen und Anlagen zuständig. Das Arbeiten bei der Firma WIGAT ist sehr familiär, man wird respektiert, bekommt viel Vertrauen, muss natürlich auch Entscheidungen treffen. Die Hierarchien sind hier sehr flach und es herrscht ein sehr gutes Arbeitsklima. Zu Beginn von meiner Laufbahn durfte ich für die TU Chemnitz ein sehr anspruchsvolles Projekt bearbeiten. Das Ganze war schwierig und herausfordernd, da es sehr viele Schnittstellen mit dem Kunden, mit Lieferanten zu klären gab. Allgemein kann man sagen, dass der Wohlfühlfaktor hier sehr gut ist und das Arbeiten Spaß macht. Der Wohlfühlfaktor ist im Moment